Ob mit Frozen-Joghurt in der Hand oder schwarz eingefärbten Eiswaffeln, der Sommer in Göttingen hat begonnen. Und das heißt, Grillen, Freibäder, Chalty Raves und speziell im Juli schuften in der Bib. Aber was macht ihr eigentlich gerne im Sommer, wenn es draußen richtig warm ist? Wir haben uns mal auf dem Campus umgehört. Auf jeden Fall Baggersee ist, glaube ich, das Top-Ziel, wo alle immer hingehen. Und sonst weise ich zum Göttinger Wald, mit Mountainbike fahre ich zum Beispiel auch ganz gerne. Und Eis essen, ganz viel Eis essen. Man kann gut ein Bier trinken. Wenn man Zugang hat, kann man immer mal irgendwo aufs Dach steigen, das ist eine ganz nette Angelegenheit. Ja, als Student natürlich in erster Linie zum Willi. Ein bisschen mit Freunden abhängen, ein Bierchen trinken. Aber dem Wetter bietet sich natürlich auch das Freibad an. Da gibt es natürlich die Eiswiese in erster Linie oder auch in Grone das Freibad. Da gibt es schon ein paar Möglichkeiten. Im Schettenham-Park rumliegen, mit Freunden grillen oder auf den Chillerwiesen. Ja, unter dem Baum sitzen, sich schön unterhalten. Tagsüber hängen wir jetzt schön in der Bib rum und lernen. Also wir haben eigentlich gar nichts vom schönen Wetter, aber es macht Spaß. Es ist ein schönes Leben hier. Tagsüber. 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 Und wenn ihr immer noch unentschlossen seid, was ihr im Sommer in Göttingen machen könnt, haben wir hier noch ein paar Tipps für euch. Wie wäre es denn mit einem entspannten Spaziergang durch den Botanischen Garten? Nicht nur, um die 17.000 verschiedenen Pflanzenarten zu bewundern, auch für eine kleine Zeitreise bietet sich der alte Botanische Garten an. Er ist nämlich so alt wie die Uni selbst, 282 Jahre. Schnell ins Grüne kommt man aber auch in der Südstadt. Der Kiessee ist der perfekte Ort, um sich aufs Gras zu legen und den Grill anzuschmeißen. Wer aber mehr Bewegung braucht, kann auch im Tretboot über den See schippern. Aber Achtung, schwimmen darf man hier nicht. Wäre mir auch viel zu eklig. Aber dafür gibt es ja die verschiedenen Freibäder. Im Freibad im Brauweg könnt ihr diesen Sommer nicht nur schwimmen. Seit dem 22. Juni ist dort wieder das Open-Air-Kino. Also, wenn ihr mal Lust habt, auf einen Film unter den Sternen, dann schaut einfach auf der Seite des Lumière vorbei. Die veranstalten nämlich das Ganze. Also, prosit und bis dann!